What's poppin' Party People? Hallo! Heute rasieren wir zusammen Kevins Bart ab und machen, dass er ganz anders aussieht. Wir machen das nicht einfach nur so, weil Kevin Bock drauf hat, sondern weil ja jetzt der November anfängt. Und wir machen das für den Mo-Vember. Falls ihr das nicht kennt, das Wort Mo-Vember setzt sich zusammen aus den Worten Mustache, von dem ich heute erst gelernt habe, dass es mit O-U geschrieben wird. Und dem Wort November bedeutet, dass Männer dazu aufgerufen werden, Ende Oktober oder Anfang November sich glatt zu rasieren und sich über den November einen Schnurrbart wachsen zu lassen. Das Ganze wurde von der Mo-Vember-Stiftung ins Leben gerufen. Das ist eine weltweite Organisation, die sich um Männergesundheit kümmert. Speziell Prostata und Hodenkrebs und mentale Gesundheit und Suizidprävention. Habe ich das richtig ausgesprochen? Prävention. Das ist eine Prävention, die wir heute machen. Also eine Mischung aus einer Prävention und einer Präsentation. Der Schnurrbart soll Aufmerksamkeit dafür schaffen. Wir erzählen da gleich noch mehr drüber. DM und Gillette sind Partner der Mo-Vember-Stiftung und wollen mehr darauf aufmerksam machen. Und wir unterstützen das dieses Jahr. Kevin hat da schon mal mit, also sogar schon öfter mitgemacht beim Mo-Vember. Aber wir machen das dieses Jahr öffentlich und nehmen euch mit in unseren Mo-Vember, um Aufmerksamkeit für das Thema zu schaffen. Weil das oberste Ziel wäre quasi, dass es so wird wie in Australien. Das habe ich gerade gelernt, dass es da zum Beispiel kaum Hochzeiten gibt im November. Das ist voll cool. Also würdest du schon sagen, dass es ein Männerbild gibt, das Stärke voraussetzt und gewisse Dinge unterdrückt? Ich meine, es reicht am Ende des Tages, reicht ja zum Beispiel, du bist in der Schule und musst da mal gerade eine Träne verdrücken. Und dann reicht am Ende des Tages der ein anderer Mitschüler oder Mitschülerin, die dich das darüber lustig macht. Also dann muss ja nur einer sagen, hi hi du Weichei oder du Heulsüße oder du Mädchen. Total bescheuert. Aber und dann hat man das eingeprägt, dieses Männerbild, ein bisschen übertrieben gesagt. Du setzt dieses Männerbild auch voraus, dass man keine Schmerzen hat und nicht krank wird? Jein, also was heißt keine Schmerzen hat, aber auf jeden Fall mit Schmerzen besser umgehen kann. Sie unterdrücken? Klarkommen halt einfach damit, dass der Schmerz da ist und sich nicht anstellen deswegen. Anstellen? Ja. Das bedeutet, frühzeitig sich drum zu kümmern und zum Arzt zu gehen und sich Sorgen zu machen, wäre dann das Gegenteil ja schon auch ein bisschen davon? Ja, schon. Ich komme auch auf dem Schulhof zurück, weil es natürlich das prägende Alter da ist. Aber das sagt ja jetzt keiner auf dem Schulhof so, ha du warst beim Arzt, du bist ein Weichei. Aber es ist schon so, oh ich bin hingefallen und habe mir das Knie aufgeschürft und es ist halt, ja beißt die Zähne zusammen, Jungs weinen nicht und Indianer kennen keinen Schmerz. Und wenn man mit der Denke dann so weitergeht, dann denkt man sich, ah, hu, ich habe mir in meinem Finger bis auf den Knochen geschnitten, scheiß drauf, ich gehe jetzt nicht zum Arzt und lasse mir das zusammennähen. Wie lächerlich pussyhaft ist das denn wegen so einem kleinen Schnitt? Obwohl es nötig gewesen wäre eventuell. Würdest du vermuten, dass diese Prägung davon abhalten kann, zum Arzt zu gehen im späteren Leben? Ja. Warum ist deiner Meinung nach der Movember so wichtig? Weil alle Menschen, und das ist jetzt nicht die Schuld von irgendwem oder irgendwas, aber wenn wir jetzt mal an Brustkrebs denken bei Frauen, ist sogar den Männern bewusst, Frauen sollten sich regelmäßig die Brüste abtasten und nach Knoten suchen und regelmäßig zum Frauenarzt gehen und das einfach auf dem Schirm haben, weil das eine weit bekannte, weit verbreitete Krebsart bei Frauen ist. Wofür auch Awareness geschaffen. Genau, wofür auch, absolut. In der Werbung, in den Medien etc. pp. Prostata und Hodenkrebs ist aber mindestens auf dem gleichen Level. Das ist aber nichts, wofür so an sich Awareness geschaffen wurde oder was ein Mann oder ein Mensch mit Prostata und Hoden auf dem Schirm hat. Warum ist deiner Meinung nach der November so wichtig? Weil es Awareness schafft. Es ist ganz toll, dass wir aktuell so viel machen Richtung Feminismus, Frauen stark zu machen und irgendwie da Gleichberechtigung zu schaffen. Die eine Seite wird gerade schon ganz stark bearbeitet und ich habe das Gefühl, dass wir auf der anderen Seite auch ansetzen müssen. Wir machen Frauen stärker oder geben Frauen die Möglichkeit stärker zu werden, aber Männern noch nicht so viele Möglichkeiten schwächer sein zu können. Als ich mich angefangen habe, jetzt auch mit der Movember Stiftung auseinanderzusetzen, habe ich halt Zahlen gesehen, die mich echt emotional gemacht haben. Also man sagt ja immer so schön, Frauen werden älter als Männer und ich habe das nie hinterfragt. Das war so, so als hätten Frauen einfach eine bessere Genetik als Männer. Und dann habe ich erst erfahren, dass Männer im Schnitt sechs Jahre früher sterben als Frauen aus total vermeidbaren Gründen. Das fand ich irgendwie furchtbar oder ich wusste vorher auch nicht, dass Männer eine so krass hohe Suizidrate haben. Ich denke, dass wir für die allgemeine Menschheit es einfach gut ist, wenn wir dieses toxische Bild vom Mann, der stark sein muss, schwächen, weil das den Männern zugute kommt, aber auch den Frauen zugute kommt. Warum ist es dir denn persönlich wichtig? Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich habe halt bei mir zu Hause auch mitbekommen, wie es ist, wenn... Scheiße. Ich habe mein ganzes Leben lang jemanden beobachtet, der nicht zum Arzt gegangen ist, weil... Und ich habe auch gespürt, dass mein Papa zum Beispiel Angst hatte, zum Arzt zu gehen. Das hat er mir auch gesagt und hat aber vor anderen Leuten immer so ach getan, ach, das wird schon nichts sein. Ich konnte da keinen Einfluss drauf nehmen, weil er einfach so war, wie er war und so sind viele Menschen Väter. Aber wenn dieses Problem in der Wurzel einfach verändert wird und Männer sich nicht schwach fühlen oder als würden sie übertreiben, dann kann jemand... Vielleicht können ganz viele Leute vielleicht einfach nicht mehr an Krankheiten sterben, die man früh erkennt. Äh, warum ein Schnurrbart? Also wir wohnen ja hier in der Schnurrbart-Metropole Berlin. Egal, wo ich sonst eigentlich hinfahre, außer in so Trendbezirke, sind Schnurrbärte eher sehr besonders. Und man wird halt direkt drauf angesprochen. Du hast dann die Möglichkeit zu sagen, na, das habe ich für den Movember gemacht. Also entweder sie sagen, was ist der Movember und lernen erstmal, was das ist und bekommen das erste... Also kommen das erste Mal damit in Berührung oder sie wissen, was das ist und dadurch werden wieder Männer bestärkt. Und wenn der mitmacht, vielleicht mache ich dann auch irgendwann mal mit. Eine Message, die sich so in die Welt trägt durch eine Auffälligkeit. Und gleich habe ich wieder ein Babyface, Alter. Hast du auch Puder? Du brauchst es gar nicht, weil du so einen matten Teint hast, rund deiner ausgeprägten Männergesundheit. Ich bin einfach nur ein matter Typ, so wie Matt Damon. Also, wir haben euch auf Instagram in einem Fragenfeld gefragt, auf was für Bart Styles ihr Bock habt. Und ich habe das jetzt nicht allzu ausführlich mit Kevin abgesprochen. Ich dachte, wir probieren das jetzt einfach mal aus. Das ist so. Mein Sahneantuch, ne? Volle... Vielleicht werde ich wieder so ein kleines Kinn haben. Ich meine, dass das Ganze einen professionellen Touch bekommt. Eine Kochschürze. Okay, als ob es jetzt einen Unterschied gibt zwischen Kochschürzen und Rasierschürzen. Legen Sie Ihren Kopf nach hinten. Bart Style Nummer 1. Ich nenne ihn den Akzent. Wir machen jetzt erstmal etwas sehr, sehr Männliches. Ich würde sagen, das ist der Bart Style Toxische Männlichkeit, der jetzt kommt. Ich finde, du kannst das tragen. Ich sehe richtig aus wie so ein Gründungsvater in Amerika. Kevin Lincoln. Kann ich mir an mir vorstellen. Das ist so ein richtiger Barsisten-Bart Style. Wie Lemmy Kilmister von Motorhead. Okay, kommen wir zu Bart Style Nummer 2. Das sieht so schlimm aus. Du bist eine Blume. Eine ganz besondere Blume. Wenn ich dich jetzt auf der Straße treffen würde und ich würde dich nicht kennen, würde ich denken, das ist ein ganz besonderer Mann. Bist du zufrieden? Sehr. Kommen wir zum nächsten Bart Style und der ist ein bisschen inspiriert durch die 70er. War das nicht der letzte schon? Nee, das ist inspiriert von rassistischen amerikanischen Filmen. Mit den Koteletten, das sieht so heftig aus. So fände ich es schon ganz cool. Aber ich erinnere mich auch irgendwie dann immer so ein bisschen an Christoph aus der Sendung mit der Maus. Ja, ich würde jetzt, ich weiß nicht, ob das okay für dich ist, ein bisschen die Koteletten bearbeiten. Weil die sind eher noch Koteletts aktuell. So, wir können jetzt auch deine Traumfrisur kreieren auf dem Weg dahin. Hallo, jetzt habe ich wieder drei Kinds. Ich würde sagen, wir entledigen uns jetzt ihrer Koteletten. So, sie dürfen sich im Spiegel betrachten. Das ist der Stand, auf dem du Ende November wärst, wenn du einen schnellen Bartflux hättest. Gefällt dir? Sieht noch ein bisschen ungepflegt aus, aber so an sich ja. Ciao, Bella! Un pacco de Marlboro, per favore! Nein, nein, du stylst den völlig falsch. Das ist ein Pocket-Moustache. Der ist wie ein großer Mustache, aber ein ganz klein. Und dann stylt man den hier so hoch. Nun bist du haarfrei. Nicht Gluten. Wie findest du dich? Komisch! Sehr ungewohnt. Ab jetzt können wir nass rasieren. Darf ich dich nass rasieren? Du möchtest das auch sehr gerne, ne? Ja, Kevin möchte das eigentlich nicht so gern, dass ich das mache, weil er super empfindliche Haut hat. Und ich glaube, die Tatsache, dass ich alle Werkzeuge immer falschrum in der Hand halte, macht dich vielleicht nervös. Aber in diesem Fall ist es ja anders als sonst. Ist das so? Ja, in diesem Fall will ich ja gar nicht, dass du denkst, ich kann das nicht und du das dann weitermachst. Kann mir mal ein Video machen, wo ich dir die Augenbrauen und Wimpern wegmachen darf? Nein. Jetzt einmal richtig fest mit den Händen so. Also, das irritiert die Haut doch. Nein, ich hoffe, es sind die Haare ja doch. Okay, 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 okay. Okay! So, reicht. Oh, können wir dir den Bart mal blondieren? Wir können mir mal meine Kopfhaare blondieren. Ja! So wie Bill Kaulitz? Ja, jetzt machst du mit dem Strich. Das heißt, du rasierst von oben nach unten. Das mache ich bei mir auch so. An der Mumu. So, weißt du, damit die Haut immer so ein bisschen unter Spannung ist mehr. Das mache ich auch an meiner Mumu so. Gut, dann rasieren wir mein Gesicht wie deine Mumu. Boah, sind das dicke Haare. Das ist dicker als bei meiner Mumu. Ich bin gerade voll fasziniert irgendwie. Das macht richtig Widerstandsgeräusche. Du siehst ein bisschen aus wie dein Opa jetzt. Oh, cool. Eine Sache, die ich gelernt habe in dieser Zusammenarbeit auch. Ich fand das super krass zu erfahren, dass der Hauptgrund, wieso Männer sich für den Movember, also für einen guten Zweck, keinen Schnurrbart wachsen lassen, Frauen sind. Die Meinung von Frauen über Schnurrbärte. Ich habe mich ein bisschen geschämt, als ich das gelesen habe, weil ich eben auch zu den Frauen gehöre, die Kevin eher davon abhalten wollen, sich einen Schnurrbart wachsen zu lassen. Deswegen wollte ich einmal dazu aufrufen, an vor allen Dingen auch die weibliche heterosexuelle Zuschauerschaft. Und nicht nur das eigentlich. Es geht ja auch nicht nur raus an Frauen, die Partner haben, sondern auch an Schwestern und Mütter und gute Freundinnen ermutigt, die Männer in eurem Umfeld mitzumachen. Egal, ob ihr Schnurrbärte cool findet oder nicht, es ist für eine gute Sache. Es geht um Leben und Tod, es geht um Aufklärung, es geht darum, unser Bewusstsein irgendwie zu stärken für was und Männer so ein bisschen auch zu unterstützen, aus diesem Männerbild einfach rauszukommen, aus diesem total veralteten. Dass sie sich gut um ihre kleine Gesundheit kümmern. Es gibt eine Spendenaktion. Gillette spendet ab dem 28.10. bis zum 30.11. 1 Euro vom Verkauf aller Movember-Aktionspakete im DM und vom 1.11. bis zum 30.11. 50 Cent auf... Alle Rasierer von Gillette. Genau, im Seinsregal. In einem Monat geben wir hier noch ein kleines Feedback dazu, wie das so gelaufen ist, was die Leute so gesagt haben. Mit finalem Resultat in meinem Gesicht. Dann sag ich an dieser Stelle, ihr seid süß. Ihr seid klein. Tschüss. Brecht euch kein Bein. Wow, das ist ein Reim, den hab ich in 8 Jahren Reimen auf YouTube noch nicht einmal gebracht.